Cowboy oder Indianer? Es ist, glaube ich, ganz einfach in dem Bild. Cowboy, ich bin einfach zu europäisch. Berge, Meer. Ja, ich mag tatsächlich eher beides, aber mich tendiert es eher zum Meer. Sportlich aktiv oder Couch-Potato? Ich bin einfach eindeutig der Couch-Potato. Morgenmensch, Morgenmuffel. Es hat sich gewandelt. Ich war früher Morgenmuffel, inzwischen bin ich der Morgenmensch. Bier, Wein. Nummer drei, alkoholfrei eigentlich, also grundsätzlich Bier. Burger, Schweinebraten, dann bin ich der Ami, der Burger. Hund und Katze, ganz klar, Hund. Ich habe selbst einen Hund zu Hause und ja, mein bester Freund im Leben. Ui, ganz interessant. Vanille oder Schoko-Eis? Vanille, Vanille. Schlager oder Rock? Ja, Rock, Rock'n'Roll. Ja, mit Elvis und sowas ist genau meine Welt. Tee oder Kaffee? Ich sage immer, ich bin ein sehr toller Kaffee. Ich trinke kein Bier, eher Whisky oder Raucher auch nicht, aber ich trinke auch keinen Kaffee. Sprich, ich bin der Tee-Mensch. Der Tee, Tee. Spontan oder geplant? Eindeutig spontan. Was mir immer so spontan einfällt, ist immer gut. Struktur oder Chaos? Ich bin der Chaos. Eindeutig Chaos, weil es hat sich ja inzwischen herausgestellt, dass Chaos-Menschen intelligente Menschen sind sogar. So, Film oder Theater? Ich schaue gerne Filme an und tatsächlich gehe ich auch ins Theater und ich habe eine Ausbildung in der Filmbranche gemacht. Von daher bin ich eindeutig der Film-Mensch. Neu oder Alt? Ich sage schon was Richtiges. Ja, Alt. Ich mag lieber alte Sachen. Man kann man schön nämlich recyceln, muss nicht immer das Neues kaufen. Servus und Tschüss. Ja, weil ich in Bayern aufgewachsen bin, ist eindeutig das Servus. Ja. Hey, ein Danke! Bitteschön!